Michael Douglas weiß anscheinend, wie man sich stilgerecht trennt. Schaut euch diesen Anzug an. Hier landet Michael gerade in Frankreich, nachdem er und Catherine Teter-Jones sich eine Auszeit genommen haben. Er scheint gut gelaunt zu sein, aber das ist wohl nicht schwer, wenn man in einem Privatchat fliegt. Nachdem er einige Freunde begrüßte, war der Schauspieler auf dem Weg zu den Filmfestspielen in Deauville, um seinen neuen Film Behind the Candle Brows zu bewerben. Aber nicht, bevor er im Hotel eincheckte und weitere Freunde begrüßte. Während er seinen Film vermarktet, wird vermutet, dass Catherine mit beiden Kindern in New York bleibt. Sie sind zwar auf verschiedenen Kontinenten, aber es ist nicht sicher, dass ihre Ehe weiterhin hält. Wir werden sehen, ob Douglas dafür kämpfen wird oder nicht.